Mach mal da unten das Bean-Nest kaputt, dann. Wo, 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 wo? Du kannst in eine andere Richtung zum Wasser hin. Alter, komm zurück. Ach da, ja dann, sag das doch, dass es da ist. Alter, da sind ja noch mehr drin gewesen. Ja, dann lass uns immer abwechseln und einfach raufhauen. Oh, ich bin tot, cool. Nice. Ich bin Geist. Ja, toll. Komm mal weiter gegen. Aua. Ich glaub die Bean haben Angst vor mir. Toll, Centus. Ja, lass es einfach erstmal. Ist egal. Irgendwie muss man sich doch wieder beleben können. Du darfst noch nicht in meiner Nähe sein. Wieso darf ich nicht in deiner Nähe sein? Ja, weil dann das Gehirn richtig runter geht, ja. Ja, dann geht er weg. Ich will aber... Oh, jawoll. Es ist dunkel. Ich komme. Hier liegt alles. Honey. Ah, totes Bienen. Da geht's ins Lager wieder zurück. Ah, meine Fackel. Ich kann nix bauen, meine Fackel. Wo ist das Lager? Da oben. Wo ist das Lagerfeuer? Hier, da neben dir. Idiot. Alter. Wo ist das Lagerfeuer? Kann das Monsterfleisch essen? Alter. Ist doch auch nicht geil. Ne, ne, wirklich. Das ist ja das... Vor allem, das war auch das Problem. Hinten. Dass das mit dem Grab da nicht ging. Alter, was will die Kellierbienen denn hier? Oh no. Vorsicht, ne Biene. Hinter dir. Komm her, ich bin stark. Alter, kannst du die mal bitte attacken? Der attackt die gar nicht. Die alte Nutte. So. Mein Leben ist so im Arsch. Hm? Oh man, wir haben doch grad so viel aufgebaut, Centos. Ja, das ist ja passiert. Was drehen jetzt noch? Small Jerky. Oder geht das vielleicht doch, wenn man den Stein nach hinten aktiviert? Ja, aber wie kann man die Touchstone denn... Gibt es da eine Hasenfeine, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber man kann doch kein... Man hat doch nicht so viele Stone. Es gibt doch keinen Touchstone. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ja, aber... Warte mal, ich schau mal ob... Na guck mal. Diese komischen Esel... ...haben mir, ähm... ...den Köter platt gemacht. Hm. Ja, deswegen hab ich die dahin gescheucht. Das Vier hatte eben Angst. Moonwalk. Aber wir hätten so viel bauen können. Ja. Oh, ich bin tot. Aua, ich werd angetackt. Alter, was ist mit dir denn los hier? Oh, ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ich bin Geist. Ja. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich wirklich tot. Ja. Bzzzt. Ah! Hey, ich leb wieder. Was? Wie hast du das denn gemacht? Ich muss einfach auf das Grab draufdrücken. WTF? Wir haben jetzt Killerbienen im Lager. Ja. Ich sterbe lieber im Killer... ...sterb ich lieber im Lager. Ist einfacher. Geht wieder. Cool. Ich bin tot. Oh no. Mein Geist! Wie geil! Du bist unterwegs auch irgendwo noch einen gefunden, ne? Ja. Wo bist du? Ich will dich sehen. Ne, lass mich in Ruhe. Ich hab Angst vor Geister. Nein. Such du lieber das Ding und dann mach ich dich. Nein, ich... Mein Geist hat ein Bart. Ja, und ist mir doch egal. Nein. Oh, die ganzen Fallen, Mann. Mein Gehirn geht nämlich runter. Ich bin mir die Hasen nicht. Wo hab ich den... Wo hab ich den... Wo hab ich den ganz oben? Wo hab ich den... Ja, ganz oben. Ja, du siehst ihn ja auf der Karte. Mhm. Ich hatte einen ganz, 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 ganz oben. Darfst du. Als Geist passiert dir ja nichts. Wenn du tot. Kann doch nichts. Das ist das Gute. Ach, man kann da rechts kriegen. Okay. Ja. Hat natürlich was. So als Geist so rumspuk ihn. Ja. Okay, dann musst du halt aufpassen. Also ich hab zwei Dinger. Was zwei Dinger? Zwei von diesen Touchstones. Okay. Also einer kann noch sterben. Kann man über Wasser gehen? Na, war ja klar. Nein, kann man nicht. Aber dafür wissen wir das jetzt. Was? Ich hole einmal den weites Fernsten. Den hole ich jetzt als erstes. Oh. Wir haben echt Killerbienen im Lager. Oha! Oh, die normalen Bienen werden dann zu Killerbienen, wenn man die erschreckt. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, ja. Ich hab's grad gemacht. Das ist natürlich jetzt Arsch, ne? Mhm. Ah, ich nehm erst den hier. Schon so ein bisschen, ne? Okay, ist ja geil, wie man wiederbelebt wird. Ist natürlich nice. Ja, hab ich grad gemerkt. Ach, was ist das denn jetzt? Na dann, ab zum Lager zurück. Oh, ich hab so wenig Herzen noch. Hau ab, du Biene. Hau ab. Verbiss dich. Du Arsch hast meinen Speer mit aufgesammelt, ne? Ne, doch nicht. Sorry. Sorry. Ich hab nichts aufgesammelt von dir. Oh, Biene, hau doch ab, ey. Lass mich doch in Ruhe. Oh, die sind direkt sicher. Ja, ich muss Gräber ausschaufeln, dann mach ich mir nen Eisstab oder nen Lichtstab. Okay. Du hast jetzt die ganzen Käfige weggemacht, ne? Mhm. Na, aber ich brauch Essen. Ja, heul doch. Ja, heul doch, sagt der einfach so. Glaubst du jetzt, weil ich mach kein Essen, oder was? Aber der Mann brauch Essen. Und Blumen brauch ich und was. Doch, hm. Ich glaub wir sollten mal gleich Essen suchen. Viel Essen. Ich glaub wir sollten gleich erstmal die Aufnahme beenden. Wäre auch ne Option. Wenn die Nacht rum ist. Zehn Tage schon überlebt. Hm? Zehn Tage sag ich. Ja, das ist krank. Aber zu zweit schaffst du das auch einfacher. Ja. Also die Bienenscheine weg zu sein jetzt. Okay. Das ist schon mal gut. Aber wenn du wieder hier bist, für dich kocht die grad schon was. Oh geil. Na, ich brauch unbedingt was zu essen. Unbedingt. Attacke. Wie ein Tacke. Nix. Bist du wieder Kinderbienen im Lager? Ja. Eine. Ah, warum? Warum? Autsch. Oh, hier ist was zu essen für dich. Ich muss ja alles einsammeln. Ich hab drei Hasen genommen. Ein Pilz und... Keine Ahnung was das machen wir. Das rechte Essen ist meins. Ja, das ist dein. Okay. Vorsicht. Ja. Bine, komm. Jetzt krebs sie an. Folgt nicht. Alter. Das ist scheiße anzuhitten, ne? Hm. Ah, jetzt hast du. Ja. Sobald du einmal hast, dann hast du sie, ne? Yeah. I win. Guck mal, wir haben jetzt ein schönes Skelett im Lager. Ja. Da ist noch eine Killerbiene. Soll ich die bei ihm ranholen? Ach doch. Komm her, Mann. Komm doch. Oh. Naja, vielleicht kommt sie nicht mehr ins Klage. Oh doch. Pass auf. Zettus! Hä? Zettus? Hallo. Was war los? Mein normaler Disconnect. Aha, okay. Ja, dann würde ich hier die Aufnahme wenden, würde ich sagen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Don't Stuff mit dem Flash. Mit Centus! Ciao, ciao! Tschüss.